Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More und damit auch ein frohes neues Jahr nochmal an alle da draußen. Ist zwar jetzt zwei, drei Wochen später, aber wir sind jetzt gerade in der neuen Aufnahmesession im neuen Jahr, deswegen dürfen wir das euch nochmal wünschen. Frohes Neujahrs nochmal an alle da draußen und natürlich auch an euch zwei, René und Benji. Alles fit bei euch? Gut ins neue Jahr gestartet? Auf jeden Fall. Von mir auch nochmal an der Stelle frohes Neues an euch alle. Also und, ähm, was soll ich sagen? Neue Jahr hat gut angefangen, bin ausgeruht, ready for the next Challenge, for the next Challenges, die dieses Jahr alle so anstehen und dann, ja. Gute Einstellung. René? Ja, bei mir an der Stelle auch alles soweit sehr, sehr gut. Ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr an der Stelle nochmal und seid vorsichtig mit dem, was ihr mir wünscht, denn ich wünsche euch das Doppelte. Damit kann ich nämlich nicht auf die Schnauze fliegen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem ersten Zitat für heute. Das gibt es in vielen verschiedenen Variationen von Elton John, von Isaac Newton etc. pp. Und zwar, die Menschen bauen zu viele Mauern und viel zu wenig Brücken. Ja. Schönes Zitat würde ich an der Stelle mal sagen. Äh, kann man ja im übertragenen Sinne wie auch im richtigen Sinne eventuell sehen, wobei, weiß ich jetzt gar nicht, werden mehr Mauern als Brücken gebaut? Also jetzt von, von den Bau, von den Bauten her? Bestimmt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird aktuell viel mehr auf Tunnel umgestiegen. Tunnel ist ja auch was Gutes. Ist ja auch so, ist ja auch wie eine Brücke. Ist ja auch was, was irgendwie, was überbrückt sozusagen von A nach B. Da ist was dran. Ich glaube, es geht ja mehr bei dem, es geht jetzt bei dem Zitat nicht ums Bauen. Ich glaube, es geht ja mehr darum. Äh, nee, 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 das stimmt. Aber mich hätte es tatsächlich mal interessiert. Können wir mal für die nächste. Ich weiß es nicht. Müsste man jetzt wahrscheinlich mal nachgucken. Können wir mal für die nächste Aufnahme aussuchen. Also das größte Bauwerk diesbezüglich ist wahrscheinlich die chinesische Mauer. Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, es gibt keine Brücke, die ähnlich groß ist wie die chinesische Mauer. Die kann man sogar aus dem Weltall sehen. So groß, so breit ist die und so groß ist die. Das ist schon krass. Okay. Ja, aber der Sinn von dem Zitat ist ja eher, ähm, man soll... Im Übertragenen. Was? Im Übertragenen, meinst du? Nee, also ich finde, der Sinn von dem Zitat ist ja eher, dass man eher auf Menschen zugehen sollte, anstatt auf voll zu blockieren und sowas in der Art. So fasse ich jetzt das Zitat auf. Ja, genau. Das ist auch so gemeint. Zwischen Menschen sollte man mehr oder weniger mehr Brücken bauen, sich freundschaftlich so ein bisschen miteinander verstehen, gut verbünden, sich gut nett unterhalten können. Und wie ich auch immer so schön sage, ein bisschen Freude und Liebe in der Welt verbreiten, anstatt sich von anderen Menschen abzuschauen, andere Menschen auszugrenzen. Lasst alle an eurem Leben so ein bisschen teilhaben und dann ist das Ganze was Wunderbares. Denn wir sind im Grunde des Tages alle Menschen. Jeder macht Fehler, jeder hat seine Schwachpunkte. Und das ist normal, das ist okay und das macht uns alle auch zu Individuen. Und das finde ich eigentlich ganz schön gesagt fürs neue Jahr. Das können sich auch viele als Vorsätze oder sowas nehmen, also so als Zitat. Finde ich echt ganz cool. Hast du ein schönes Zitat rausgesucht auf jeden Fall. Das Zitat finde ich heute auch sehr gut. Passt sehr gut auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir doch mal rein ins mittlerweile jetzt dritte Thema, ist jetzt die dritte Folge im neuen Jahr. Und zwar Benji hat sich das Thema GEZ gewünscht oder besser gesagt Rundfunkgebühren. GEZ heißt es ja seit, ich weiß nicht, zehn Jahren gefühlt nicht mehr. Weil er mich auch, ich war auch selber ein bisschen überrascht, die GEZ oder Rundfunkbeiträge in diesem Sinne, ab 2025 soll der Rundfunkbeitrag wieder um 58 Cent erhöht werden. Und das Thema ist zwar noch nicht ganz durch, aber wir wissen sowieso, dass es wieder durchgeht. Das war ja beim letzten Mal schon das Gleiche. Und ja, ich würde jetzt mal das Wort an dich übergeben, Benji, weil du dir das Thema gewünscht hast. Also ich habe dann zwar noch ein paar Fakten und sowas rausgesucht und sowas, auch ein paar, auch mal so ein bisschen Vergleich gezogen mit anderen EU-Ländern und sowas habe ich ein bisschen rausgesucht. Und mal so ein bisschen die Einnahmen auch, die die GEZ, also Rundfunkbeitrag, sorry, wenn ich jetzt immer GEZ, aber ich glaube, das ist am verständlichsten für alle. Was die so für Einnahmen erzielen, das hat mich auch selber ein bisschen schockiert. Aber Benji, ich gebe jetzt mal das Wort an dich rüber. Ja, wir gehen da halt stark auf die 10 Milliarden Marke zu und ich habe da halt letztens erst, also ich habe das gar nicht so mitbekommen, muss ich sagen, eher so nebenbei. Ich habe dann irgendwann in meinem YouTube-Feed so ein Video gesehen vom Held der Steinen. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Der macht an für sich eigentlich so Lego-Reviews, hat jetzt aber noch irgendwie einen Zweitkanal, wo er so ein bisschen Laberthemen hat und auch mal so ein bisschen was Politisches sagt. Und ich finde ihn immer sehr lustig. Der hat eine sehr angenehme Art, finde ich, eine sehr angenehme Stimme auch. Der hat da was über die GEZ gebracht und ich fiel so aus allen Wolken, weil ich dachte, hä, wieso? Die letzte Erhöhung, die war doch erst jetzt 2019 war die, 2020. Manu, korrigier mich, du hast die Fakten gesammelt. Ich habe die Fakten, letzte war 2000, jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich den Beitrag hier aufmachen. War aber jetzt erst, ah ja, in der letzten Anpassung 2021. Also es ist schon wieder vier Jahre her, äh, drei Jahre. 2021 ist gut. Naja, was heißt, gut, vier Jahre. Die Abstände werden kleiner, weil die letzte Anpassung davor, die war, glaube ich, da waren zehn Jahre zwischen den beiden. Also bei der vorletzten und der letzten Anpassung des Beitrags, da lagen irgendwie zehn Jahre. Ja, knapp. Also wir hatten 2013, hatten wir einen Betrag von 17,98. Der wurde dann 2015 sogar erstmalig korrigiert auf 17,50, also runtergesetzt. Und dann sechs Jahre später dann auf 18,36 hochgesetzt. Und jetzt ist eben der Entwurf für 2025 liegt vor mit 18,94 Euro im Monat. Richtig, und da bin ich so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen gedacht, da habe ich mir dieses Video von ihm angeguckt, was er da erzählt hat. Und, ähm, es ist einfach nur, gerade auch vor dem Hintergrund dieses Skandals, ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt, bei der RBB, wo die, wo da eine nette Frau, dessen Namen ich jetzt tatsächlich mal wieder vergessen habe. Das war die Frau Patricia Schlesinger. Oh ja, genau, Patricia Schlesinger, die sich an den Rundfunkbeiträgen da bedient. Also quasi an dem Geld, was wir dafür zahlen, um unsere Demokratie aufrechtzuerhalten. So wird das ja immer politisch begründet. Ähm, womit ja schon mal per se viele nicht einverstanden sind. Ähm, ich bin da tatsächlich so ein bisschen, äh, naja, ich bin auf der moderaten Seite. Ich bin nicht einer, der sagt abschaffen. Ich bin aber definitiv einer, der sagt, dass es, dass der Beitrag mittlerweile viel zu viel ist. Und dass das komplett ausartet und dass das auch nichts mehr mit einem, ähm, Bildungsauftrag beziehungsweise einem Auftrag zur neutralen Berichterstattung zu tun hat. Denn es wird auch sehr vieles eben in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt. Und auch auf mittlerweile YouTube gibt es ja Funk. Das wird ja auch alles von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Radiosender es gibt, regionale und überregionale, die alle den Öffentlich-Rechtlichen angehören. Ich hab dazu auch mal, äh, Zahlen oder schätz doch mal, wie viele, äh, TV-Sender gibt es und wie viele Radiosender. War ich selber überrascht. Also bei Radiosendern würde ich locker sagen über tausend. Nee. Nee? Nee. Aber über hundert. Also die nur dem Öffentlich-Rechtlichen, ähm, Rundfunk angehören, sind Radiosender 69. 69, okay. Ich dachte eigentlich, es gibt nur einen und das ist dieser Deutschland-Funk, dachte ich eigentlich, dass es nur einen gibt. Also 69 hat mich selber überrascht. Und TV-Sender sind es 21. 21, wo gefühlt auf allen immer das Gleiche läuft. Es gibt ja auch für jeden Scheiß, es gibt ja SWR, NDR, WDR, ZDF, ZDF-Info, ZDF-Neo, SR-Fernsehen, Phoenix, MDR. Es gibt ja hunderttausend. Dann gibt es ja auch noch diese Regionalsender. Also es werden wahrscheinlich noch viel, viel mehr sein, die da noch so ein bisschen untergeordnet sind. Aber diese Radioprogramme, bin ich ehrlich, hat mich selber ein bisschen überrascht. Weil da hat auch gefühlt jeder, äh, zum Beispiel Bayern, gibt ja auch, äh, BR, Bayern als, äh, Fernsehsender, hat zum Beispiel neun Radioprogramme. Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24, BR24 Live, BR Heimat, BR Schlager und Puls. Ja, genau. Und was hat, was hat Schlager mit einem Bildungsauftrag zu tun, muss man sich an der Stelle halt fragen? Überhaupt nichts. Das Krasse ist halt, äh, normalerweise läuft ja in diesen ganzen Programmen sowieso den ganzen Tag über das Gleiche. Und das Gleiche bezieht sich ja nochmal auf NDR, also Niedersachsen, äh, hat auch nochmal zehn Radiosender, das musst du ja immer geben, zehn Radiosender. NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Radio MV, NDR 1 Welle und so weiter und schieß mich tot. Es ist unglaublich, wie viel, also ich bin selber komplett geschockt, wie viel Radiosender es gibt in der heutigen Zeit. Also ja, ich find's auch einfach nur echt unglaublich. Und, äh, auf jeden Fall nochmal danke an der Stelle, Manu, dass du dir so ein paar Fakten herausgesucht hast. Das ist auf jeden Fall nicht, nicht schlecht, um das, um den Punkt nochmal zu untermauern, den ich eigentlich machen wollte, auch wenn ich mich jetzt mit über tausend vielleicht mal maßlos überschätzt habe, aber, äh, es liegt einfach daran, dass ich mich frage, ganz ehrlich, wohin diese, ich glaub derzeit sind's acht Milliarden, über acht Milliarden an und rund zwei. Gut geschätzt. Die Zahl wusste ich tatsächlich. Warte, es waren 8,5 Milliarden, waren's, äh, jetzt für 2023 sind die Einnahmen. Ja, ja, und ich, und ich frage mich, warum muss das noch wieder erhöht werden, damit sich, und, und das Ding ist ja auch bei dem Skandal vom RBB, da ist ja auch wieder nur, das ist ja auch wieder nur die Spitze vom Eisberg, die wir da zu sehen bekommen, und das ist ja nicht so, und das kommt ja auch immer nur das raus, es wird ja dann immer nur das zugegeben, salamitaktisch mäßig, was eh schon rausgekommen ist. Das wird dann hinterher zugegeben. Es wird nicht klar Schiff gemacht, es wird nicht aufgeräumt, es kommt keine Transparenz in das System. Ich habe jetzt eben auch nochmal ganz schnell, weil es mir ein bisschen unangenehm war, weil Manu auch sagte, ich sollte mich auch mal ein bisschen vorbereiten, wo er ja auch recht mit hat, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber dann steht ja auf der Seite vom NDR, dass das in einem transparenten, mehrstufigen Verfahren festgelegt wird, also der Rundfunkbeitrag. Wo ist dieses Verfahren bitteschön transparent? Denn in einem ersten Schritt steht gleich im nächsten Satz, ermitteln die Rundfunkanstalten ihren jeweiligen Finanzbedarf. So, das heißt, die ermitteln ihren jeweiligen Finanzbedarf, auf welcher Basis, wo sind denn da mal konkrete Zahlen anhand, was das ermittelt wird? Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, das hat der Held der Steine halt schon gesagt, also jeder, der den kennt, wird jetzt sagen, okay, du sagst jetzt nochmal das Gleiche, was der auch gesagt hat, aber ich gebe ihm da halt auch einfach mal völlig recht. Der hat das so schön formuliert. Setzt euch mal hin, ermittelt euren eigenen Finanzbedarf und geht dann mal im neuen Jahr zu eurem Arbeitgeber hin und sagt so, ich brauche jetzt an Finanzbedarf 1000 Euro mehr im Monat. Habe ich jetzt mal so für mich ermittelt. Ja, so funktioniert das. Ja. Würde ich auch gerne machen. Und das ist alles andere als transparent und das ist die größte Schweinerei daran, dass es halt so getan wird von den Rundfunkanstalten, dass das transparent wäre. Wenn es transparent wäre, dann würde ja sowas wie beim RBB gar nicht möglich sein, dass da Leute irgendwelche Gelder sich in die private Tasche stecken. Denn dann hätten das ja alle direkt mitbekommen, weil es ja transparent ist. Also transparent ist für mich was, ehrlich gesagt, was völlig anderes scheinbar, als das, was die da als transparent deklarieren. Ich kann dir mal das vorlesen, was der vorgeworfen wird, beziehungsweise was der Fakten sind. Ich habe hier mal den Artikel von Deutschlandfunk sogar rausgesucht. Also Deutschlandfunk, was zu den öffentlichen rechtlichen gehört. Ja. Ist auch geil. Der ehemaligen Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, also RBB, Patricia Schlesinger, wird Vetternwirtschaft, Vorteilsnahme und Verschwendung vorgeworfen. Dabei geht es unter anderem um umstrittene Beraterverträge. Kennen wir aus der Bundesregierung. Die haben ja bestimmte Budgets für Beraterverträge. Kennen wir bei der Ursi. Ja. Also von der Leyen, die ja, glaube ich, ihren, was war es, Sohn, glaube ich, da mit rein, in die Beraterfirma mit rein hat. Ist auch egal, Sohn, Ebenen, Familienangehörige, einfach, genau. Dann hat sie sich eine eigene Gehaltserhöhung auf 300, 3000 Euro gemacht. Ist auch geil. Also einfach mal so. Zusätzlich Boni, einen hochwertigen Dienstwagen, die Renovierung der Chefetage und ein Abendessen in ihrer Privatwohnung auf RBB-Kosten mit angeblich falschen Rechnungen. Das wird vorgeworfen und das ist auch dann, ja, mit so bestätigt worden, das meiste. Also da steht auch drin, es soll einen 100.000 Euro dotierten Beratervertrag zwischen der Messe Berlin und Gerhard Spörl, dem Ehemann von Schlesinger. Also da wären wir wieder so bei Vetternwirtschaft und sowas. Also es ist unglaublich, was da auch für Beträge rauskommen. Und ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, so mal ein bisschen die Gehaltsliste, weil das war auch vor kurzem jetzt erst ein Artikel bei der FAZ. Aber was heißt vor kurzem am 30.08.? Weil die werden ja immer, die ganzen Beträge werden ja immer veröffentlicht. Das wird wenigstens transparent veröffentlicht, sage ich mal, die Gehälter. Da ist WDR, Tom Buru, 413.000 Euro hat er bekommen. Dann ARD-Vorsitzende und SBR-Intendantin Kai Kniffke mit 380.000. Der vom NDR 347.000. Oder die vom Bayerischen Rundfunk 340.000. Also wir sprechen hier von Beträgen für alle Vorsitzenden, die ja allein schon Millionenbeträge sind. Nur für die Vorsitzenden. Ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Das sind also nicht alle, aber einige von denen verdienen mehr als der Bundeskanzler. Ja. Das wäre gerade so die nächste Frage gewesen. Ist das nicht so, dass das Gehalt des Bundeskanzlers rechtlich festgeschrieben ist? Ja. Und die können sich das einfach so aussuchen. Und jetzt stelle ich euch mal ernsthaft wirklich die Frage dahinter. Ist das gerechtfertigt, dass diese Menschen mehr als der Bundeskanzler verdienen? Nein. Wenn man das so mal in Bezug setzt, ich weiß nicht, was der Bundeskanzler oder Kanzlerin verdienen darf. Aber das ist ja für viele, sage ich mal, ein absoluter Witzbetrag, wenn man das in der Größenordnung mal sich anguckt. So, wie leicht sind denn die Leute zu bestechen, die ein Jahresgehalt von, sagen wir mal, 300.000, 400.000 Euro haben für ein Riesenunternehmen. Und dann sitzt da so eine und die verdienen auch 300.000, 400.000 Euro und haben nicht so eine Riesenverantwortung. Ja, herzlichen Glückwunsch, Freunde. Das Krasse an der ganzen Geschichte ist ja halt, wenn man das Ganze mal in den Kontext setzt, dass ständig gejammert wird, wir haben nicht genug Geld für Schulen, wir haben nicht genug Geld fürs Gesundheitssystem. Das sind auch so Beispiele, dass da marode Schulen sind, die einsturzgefährdet sind, wo die vielleicht 100.000 Euro gebraucht oder brauchen würden, um das mal vernünftig zu renovieren. Dafür fehlt das Geld. Aber wir pumpen 8,5 Milliarden im Jahr in einen Rundfunkbeitrag, wo sich die oberen da fröhlich an den Töpfen bedienen. Und dann wird mir erzählt, das wäre transparent. Das Problem ist, wenn du das mal vergleichst, das mal klar kannst. Dann wäre ich zum AfD-Wähler bei sowas. Du kannst es ja auch mal so ein bisschen in Vergleich setzen, habe ich mich auch mal ein bisschen informiert, zum Beispiel Österreich. Klar kannst du jetzt nicht von den Menschen, also von der Anzahl der Bürger kannst du es jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube, Österreich hat einfach nur zwei Sender, aber komplett alles ausgeglichen. Du hast da im Free-TV-Sport teilweise mit Formel 1, was weiß ich was, hast natürlich auch deine normalen Sender, du hast Kultur, du hast aber alles wirklich in diesen zwei, drei Programmen, die du da hast. Da wird ganz anders mit den Geldern einfach umgegangen, als wir in Deutschland. Überleg mal, wie gesagt, wir hatten es ja gerade, wir haben 21 Sender, braucht man die? Nein. Wenn du wirklich Bildungsfernsehen machen willst, dann kannst du von mir aus drei, vier Kanäle machen, vielleicht für Deutschland lass es fünf sein. Aber du brauchst keine 69 Radiosender und keine 21 Sender, wozu gleichzeitig, weil das ist mir auch aufgefallen, ich weiß nicht, wer von euch Helene Fischerschau guckt am ersten Weihnachtsfeiertag, wahrscheinlich keiner von euch. Du guckst das? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Auf jeden Fall wurde das auf drei Kanälen gleichzeitig gestreamt. Also nicht nur bei, ich glaube ZDF war es, es wurde dann auch noch, glaube ich, beim WDR und SWR, glaube ich, auch noch gleichzeitig gestreamt. Warum? Reicht es nicht, auf einer Plattform das wiederzuspiegeln oder dann kommt jede Woche gefühlt irgendwelche Schlagersendungen, brauchst du das? Das hat nichts, meiner Meinung nach, mit dem Auftrag vom Rundfunkbeitrag zu tun. Also mit Aufklärung, mit seriöser Berichterstattung, mit neutraler Berichterstattung, meiner Meinung nach. Und was mich momentan, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, das ist ja dann schon vorbei, wenn diese Folge online kommt. Aber nächste Woche am 8. Januar, habt ihr da mitbekommen, was da stattfinden soll? Nee, ich nicht, ganz ehrlich gesagt. René? Ist da nicht irgendwas wegen dieser Riesendemonstration mit den Traktoren auch wieder in Berlin? Einerseits das, also es soll ein kompletter Generalstreik stattfinden, was Bauern anbelangt. Also die Bauern haben das ja schon angekündigt, sie wollen eine Woche lang einerseits wieder nach Berlin fahren. Deutsche Bahn darf ab nächster Woche unbefristet streiken. Es haben sich viele Unternehmen dazu bereit erklärt, zu streiken, aufgrund der derzeitigen Regierungssituation und dem ganzen Drum und Dran. Und ich habe noch nicht einen, noch nicht einen Beitrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu gesehen. Und das meine ich mit Aufklärung, ne? Ja. Wenn, dann musst du, natürlich ist es, man kann Staatsfernsehen, kann man schon sagen, weil es halt auch vom Staat finanziert ist, aber dann solltest du auch sowas berichten, meiner Meinung nach. Und nicht das so unter den Tisch gehören, weißt du, was ich meine? Ja, ich habe ja jetzt, also ich gucke ja auch normalerweise gar nicht so Tagesschau und so. Ich lese natürlich auch da mal Artikel aus meinem Feed und so. Und ich bin jetzt nicht einer, der das jetzt per se so verteufelt und sagt, dass alles, was die sagen, sind Lügen. Nee. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war jetzt, ich war jetzt bei meinen Eltern über Weihnachten und die gucken natürlich, bei denen ist das tatsächlich Pflichtprogramm, die gucken jeden Abend Tagesschau und einmal heute Sendung. Also die gucken bestimmt dreimal am Tag Nachrichten in ARD und ZDF, also je nachdem, was gerade kommt. Und da wurde dann halt über die Erhöhung von gewissen Beiträgen geredet. Wie zum Beispiel, ja, jetzt Bürgergeld wird erhöht und dies wird erhöht und jenes wird erhöht. Und da habe ich mir halt auch so ein bisschen gedacht, das ist schon so ein bisschen biased. Wenn man das sieht, dann kriegt man so das Gefühl, oh toll, die erhöhen alles, dabei kommen aber überhaupt keine Prozentzahlen. Also die sagen nicht, das wurde um zwei oder drei oder vier Prozent erhöht, sondern die sagen, da gibt es jetzt 36 Euro mehr. Da denke ich mir, ja gut, da kann ich mir überhaupt gar nichts darunter vorstellen, wenn es da jetzt 36 Euro mehr gibt. Was heißt denn das? Und vor allen Dingen, wenn man das dann mal gegenrechnen würde mit der Inflation, dann würde man wahrscheinlich ganz schnell feststellen, dass man eigentlich weniger in der Tasche hat, trotz der 36 Euro. Und dann kommt im nächsten Nebensatz auch noch, ach ja, und übrigens, die und die Steuer steigt jetzt aber auch. Also es wird ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen schon das Gefühl gehabt, es wird so ein bisschen regierungsfreundlich berichtet. Natürlich. Zumindest in der Tagesschau und in der Heute Sendung. Ich habe es ja auch vor kurzem in der Gruppe mal, also in der Telegram-Gruppe habe ich es mal gepostet, weil mir auf Instagram ein Beitrag vorgeschlagen wurde von der Tagesschau. Aber mehr so jugendlichere Beitrag von so einem jungen Typen. Ja. Und der hat versucht, Inflation zu erklären, ne? Und er hat ja gemeint, ja, Inflation ist ja echt was Tolles, Inflation war ja jetzt zwischenzeitlich mal bei 8 oder 9 Prozent, jetzt ist sie ja wieder runter. Das Ziel muss ja sein, 3 Prozent, weil das ist gut für unsere Wirtschaft, die Preise steigen, die Leute geben mehr aus und das hilft uns. Wo ich mir denke, jo, das ist aber nicht euer Auftrag zu sagen, ey Leute, schmeißt euer Geld raus, weil das wird weniger wert. Weil das ist überhaupt nicht der Sinn einfach davon. Das ist... Äh, also ich kenne auch gewisse Betriebswirtschaftler, zum Beispiel hier bei uns, der CFO, der auch der Meinung ist, es geht nicht ohne Wachstum, es muss immer wachsen, 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 wachsen. Ich sehe das einfach nicht so. Ich auch nicht. Ich bin einfach da der Meinung, dass dieser Wachstum, dieser grenzenlose Wachstum vor allen Dingen, also es muss immer weiter höher mehr werden alles, der führt uns am Ende zu Sachen wie Ukraine-Krieg, Corona und letzten Endes führt uns das immer wieder in irgendwelche Krisen rein. Ähm, weil, wie ist, wie ist Corona entstanden, darüber munkelt man ja auch noch, aber es ist höchstwahrscheinlich irgendwo auf einem Markt in China, weil irgendwelche Tiere da bis zum Geht nicht mehr ausgebeutet worden sind. Nee, es ist sogar mittlerweile bestätigt, dass es aus dem Labor kommt. Okay, das, äh, ist das wirklich bestätigt? Ich weiß nicht, ich beschaffe mich. Es gibt, ähm, Berichte, also was heißt, ähm, Berichte, es gibt, ähm, muss ich dir mal schicken, aus Schweden einen Bericht, wo das alles, äh, Schweden, Norwegen war da, glaube ich, dran beteiligt, äh, die das bestätigen, laut allen Erkenntnissen, die man hat. Okay, gut, jedenfalls ist das, hat das am Ende, am Ende des Tages hat das alles was mit Raubbau zu tun, den wir, den wir Menschen am Planeten betreiben, an der Tierwelt, an der Naturwelt und es ist eine Folge unseres Wachstumsgedanken und ich finde das nicht gut. Gut, ich sehe nicht, dass das uns wirklich auf lange Sicht irgendwo hinführt, wo, wo wir sagen, äh, so können wir leben, äh, wir, wir sehen es, äh, an der Klimakrise. Gut, ich weiß, viele halten davon auch nichts und sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel und ich weiß auch, dass es Wissenschaftler gibt, die das sagen und ich weiß auch, dass es sich viele da widersprechen, wobei der Konsens, wenn man ehrlich ist, der grobe Konsens, der Großteil der Wissenschaftler das durchaus bestätigen, dass es so ist, ähm, und, und wenn man das mal nimmt als Beispiel und sich anguckt, äh, Hochwasser überall hier jetzt auch in Bremen, äh, in Minden war Trinkwasser verseucht, also, ich war da persönlich von betroffen, wir durften nichts mehr, wir durften uns nicht mehr die Zähne putzen mit dem Wasser aus dem Wasserhahn, wir haben uns, also, bei meinen Eltern, weil da die Weser übergelaufen ist und das Trinkwasser kontaminiert wurde mit, äh, äh, Durchfallbakterien und so weiter, ähm, das ist schon alles nicht, nicht ohne, das ist schon alles relativ heftig, was da abgeht und es wird immer heftiger und das ist ganz klar eine Folge unseres Raubbaus und sich dann im Öffentlich-Rechtlichen hinzustellen und zu sagen, ja, Inflation ist was Gutes, wir brauchen immer mehr Wachstum, es muss immer mehr werden, weil nichts anderes ist Inflation, es ist eine endlose Spirale, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist, das ist ja auch der Grund, warum es Inflation ergibt, warum ja das Ziel der AZB ist oder auch generell der ganzen Welt immer diese zwei bis drei Prozent Inflation zu haben, damit immer mehr Wachstum, die Leute checken dann oder sollen dann halt nicht checken, okay, euer Geld wird, ähm, mehr wert, wenn ihr es irgendwie investiert, ne, ihr müsst es ausgeben, wir brauchen Wachstum und sowas, weil so funktioniert, so funktioniert jedes Land, wenn jedes, wenn wir kein Wachstum mehr hätten, würde das ganze Land zusammenbrechen, so, so muss man sagen und dann sind solche Berichte, finde ich dann eher kontraproduktiv, also finde ich dann auch nicht seriös und sowas, wenn das Ganze mal einfach ein bisschen neutraler gehalten wäre, ja, über alles mal ein bisschen berichtet würde, ne, über beide Seiten und auch immer, was ich damals auch immer ein Kacke fand, auch, äh, Corona-mäßig, jetzt überleg mal, denk mal zurück so an die ganzen ARD und ZDF-Abende, jeden Abend war Karl Lauterbach eingeladen, wirst du immer nur die gleichen Gesichter, die dir reißen. Äh, du, ich sag dir das ganz ehrlich, meine ältere Schwester, die arbeitet beim ZDF, die ist absolut, ähm, also, auch diese, diese, diese Debatte, wie die auch innerhalb meiner Familie geführt wurde, ich war absolut dagegen, ich fand das absolut nicht gut, dieses Anprangern von Leuten, die sich nicht impfen lassen wollten, dieses, dieses, äh, ja, ihr seid dafür verantwortlich, dass hier die Menschen sterben und so, so, das war, das hat ja schon richtig krasse Ausmaße angenommen und, äh, ich sag's ganz ehrlich, ich find das nicht gut und ich hab das auch gesagt, ich hab da auch den Mund aufgemacht, ich bin, ich sag's jetzt mal dazu nochmal, ich bin selber geimpft, aber ich war nie einer derjenigen, der sich an dieser Hetze gegen die Ungeimpften beteiligt hat, weil ich das nicht okay fand, ich fand's einfach nicht okay, sowas so zu machen und so, so eine Diskussion auf so einer Ebene zu führen. Und sowas hat halt auch... Und gerade, dass man die Menschen mehr oder weniger dazu zwingen wollte, sich impfen zu lassen, dass sie sich schon geschämt haben, wenn sie sich nicht haben impfen lassen. Und sowas hat meiner Meinung nach auch nix, äh, im Fernsehen so zu suchen. Natürlich kannst du die Leute aufklären, dafür ist der öffentliche, rechtliche Rundfunk auch da, aber dieses An-den-Pranger-Stellen, weißt du, das, das gehört da einfach nicht hin. Und das ist eben so dieses Problem, was auch immer mehr Leute checken, ich hab leider keine Grafik mal gefunden oder irgendwie, ähm, eine Statistik, weil's mich jetzt mal brennend interessiert hätte, wie momentan so die Bevölkerung eingestellt ist, so pro Rundfunkbeitrag, kontra Rundfunkbeitrag. Ich garantiere dir wahrscheinlich, man sieht's ja an den Einschaltquoten, die letzten Jahre komplett rückläufig, aber das ist bei allen Fernsehprogrammen so, weil wir sowieso nur noch mit Netflix, Amazon Prime, etc., pp., wie sie alle heißen, die ganzen Streaming-Dienste beschäftigt sind, gehen natürlich auch die Zahlen zurück. Aber ich glaub, es wird mittlerweile nur noch ein Bruchteil sein, der überhaupt freiwillig das zahlen würde, weil's einfach eben nicht mehr neutral gehalten ist. Ich weiß nicht, wie's früher war, ganz ehrlich, äh, ich interessiere mich nur die letzten Jahre dafür, aber für mich hat's... Nee, der fing an mit 3 Mark damals. Nee, ich mein, äh, generell so wie, äh, Berichtserstattung war. Aber so wie's die letzten Jahre, umso mehr man sich damit auseinandersetzt, hat es einfach nichts mehr mit Neutralität zu tun, meiner Meinung nach. Naja gut, ich meine, wenn man sich, es gibt schon auch echt krass kritische Beiträge, aber da muss man dann halt nachts um 2 Uhr auf Arte gucken. Ja. Da findet man den, da findet man den echten Shit, sag ich dir mal ganz ehrlich. Und, ähm, oder auch zum Beispiel Frontal 21, das find ich schon cool, was die auch teilweise für Schweinereien auch von der Regierung aufdecken, zum Teil. Ähm, das ist was, wo ich... Aber zu unchristlichen Zeiten, dass keiner es guckt. Naja gut, Frontal 21 kommt jetzt um 21 Uhr, das ist jetzt nicht... Das kann man sich mal angucken, da kann ich auch nur empfehlen, sich solche Sendungen mal anzugucken. Ähm, dann sieht man halt auch, es gibt auch durchaus noch eine kritische Seite im Fernsehen. Aber ja, es ist halt nicht, es ist halt nicht die Sendung, die die höchsten Einschaltquoten hat, nämlich die Tagesschau. Ähm, ja, weiß nicht. Es ist, es ist, ich sage, man sollte den Beitrag auf keinsten Fall abschaffen. Es ist ein, es leistet einen Teil zur Demokratie, das will ich, das will ich nicht bestreiten. Das, ich will ja auch den Bildungsauftrag nicht komplett absprechen, aber dafür brauche ich keine 8,5 Milliarden im Jahr. Das ist absoluter Quatsch. Und lustigerweise sind die 8,5 Milliarden ein Viertel vom Budget, was Netflix hat. Das musst du dir mal überlegen. Ja. Netflix hat letztes Quartal 8,3 Milliarden umgesetzt. Ja. Im Quartal, gut, das musst du dann mal vier rechnen. Aber jetzt überleg mal, was Netflix auf die Beine stellt und was dann, wie viel Gehalt solche ganzen ARD-Chefs und was weiß ich was anzwacken. Und ich habe auch mal geguckt, René, weil du gemeint hast, wegen Bundeskanzler, ne? Also unser Bundeskanzler verdient nach der letzten Diäten Erhöhung im Jahr 2022 30.000 Euro im Monat. Also, jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch absolut lächerlich. Also es ist weniger als die Vorstände von ARD, NDR und WDR. Also das finde ich absolut lächerlich, ja. Das finde ich ja nicht mal das Schlimme daran. Ich finde eher das Schlimme daran ist, wie einfach es ist, diese Menschen dann in diesem Arsch im Zug bestechen zu können. Ja. Es ist eigentlich dafür, dass du Bundeskanzler bist oder damals Bundeskanzlerin mit Angela Merkel, ist es eigentlich zu wenig. Muss man schon sagen. Da lässt sich jetzt auch über die Arbeitsleistung etc. pp. streiten. Es geht jetzt einfach nur allein um den Beruf. Finde ich es ehrlich gesagt, eine Blamage, wenn du dann als ARD-Vorsitzender deutlich, deutlich mehr verdienst oder als Moderator, was weiß ich was, als der Bundeskanzler. Kann meiner Meinung nach nicht sein. Also da sieht man doch am allermeisten, dass wir ein komplettes Problem mit der ganzen Sache haben. Nee, das ist mittlerweile einfach in meinen Augen einfach zu einem Geschwür geworden, dieser Beitrag. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Es ist viel zu viel. Wir bräuchten zwei, drei Sender. Wobei jetzt das Beispiel tatsächlich mit Netflix nicht so gut war, weil das waren ja wirklich die Quartalseinnahmen. Ja, aber trotzdem. Das musst du mal viel rechnen. Ja, aber trotzdem, ein Viertel. Wir sprechen von Netflix, von einem weltweiten Unternehmen. Mit mehreren hundert Millionen Abonnenten. Ja, das stimmt. Und in Deutschland zahlen. Das Ding ist noch günstiger als GZ wahrscheinlich. Netflix ist günstiger. Und in Deutschland sind es ja nur die Haushalte, die es zahlen. Das ist ja auch seit 2011 oder 2013 so, dass sie nur noch die Haushalte zahlen und nicht pro Person, sondern nur noch die Haushalte. Ja, und als Selbstständiger hast du da auch noch wieder zusätzliche Kosten. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest einfach, so auf die Netflix-Abonnenten zahlen und dann Bürger Deutschland und sowas, dann sind 8,5 Milliarden schon eine verdammt hohe Summe einfach. Ja. Also das mal so in Relation gesetzt. Vielleicht jetzt mal, um ein bisschen am Abschluss zu kommen, rund vom Beitrag, ja oder nein, René? Ja, aber nicht in dieser Höhe. Und in einem anderen Ausmaß sollte man das Ganze dann auch darstellen und da auch einen wesentlich höheren Bildungsauftrag erfüllen und die gesamte Bandbreite auch mal darstellen. Wie es in der Corona-Debatte Benji auch schon eben erklärt hat, dass man auch mal die Seite der Impfgegner, nenne ich sie jetzt mal, ohne das negativ zu behaften, dass man diese Seite auch einmal darstellt an der Stelle. Was spricht so ein bisschen dagegen? Warum möchten sich die Menschen nicht impfen lassen? Was gibt es da für Hintergründe? Das sind absolute Blindstudien, die noch nie gezeigt wurden, etc. Die Studien laufen alle noch. Dass man das mal so im Vergleich darstellt und den Menschen dann auch signalisiert, ey, ihr habt im Grunde ja die freie Wahl und nicht diese Menschen definitiv an den Pranger stellen. Da geht absolut diese Neutralität verloren, sondern aus meiner Sicht 90% einfach emotionales Handeln, Angstmacherei, Leute an den Pranger stellen, einfach nur Skandale zeigen, so ein bisschen in dieser Richtung, gibt den Menschen Sport und Unterhaltung und sie halten die Klappe im Grunde. Benji? Gut, du hast ja schon gesagt. Ich denke, ich habe es ja ausführlich meine Meinung hier gesagt. Also ich bin auch der Meinung, ein Euro im Monat reicht um einen Bildungsauftrag zu erfüllen, reicht es, wenn jeder Haushalt einen Euro im Monat bezahlt. Das wurde auch schon von anderen Experten, das wurde durchgerechnet. Das ist keine aus der Luft gegriffene Zahl. Da gibt es sogar Leute, die von noch weniger reden. Da hättest du immer noch ein Fernsehprogramm, einen Radiosender. Du hättest sogar noch die Möglichkeit, für jeden, also die regionalen Radiosender, also Hessen-Rundfunk, Bayern-Rundfunk und so, hättest du auch alles noch. Könntest du alles mit unter einem Euro im Monat finanzieren, wäre alles kein Problem. Du hättest dann halt so Sachen wie WM nicht mehr. Und den Rest, den ganzen Rest, das ganze Entertainment-Zeug und Fußball und was weiß ich, das kannst du hinter eine Paywall setzen, wo du sagst, alle, die das weiterhin gucken wollen, die zahlen dann ihre 17, 20 Euro im Monat freiwillig. Das kann sich dann jeder aussuchen. So wie es jetzt geregelt ist, ist es die unfairste Steuer, die wir haben in Deutschland, weil jeder dasselbe bezahlt, egal was du verdienst, egal wie hilfsbedürftig du bist. Du zahlst denselben Beitrag, wie der, der jedes Jahr 15 Millionen verdient. Und das ist einfach, das kann einfach nicht sein. Das ist einfach outdated. Das muss mal ein Update bekommen, das ganze System. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde sogar das Beispiel, was du jetzt genannt hast, mit hinter so Paywall und sowas, gibt es ja mittlerweile auch. Also du kannst ja sogar ARD Plus oder sowas, finde ich, geht meiner Meinung nach. Wobei das alles mit drin ist, ne? Das ist alles inklusive. Nee. Du musst, es gibt ARD Plus und ZDF Plus, glaube ich, irgendwie sowas heißt es, wo du auch nochmal 4,99 im Monat zahlen musst. Das finde ich absolut nichts. Da zahlst du nochmal extra für. Ja, da zahlst du nochmal extra für. Auf jeden Fall, nee, bin ich aber vollkommen bei euch, was das Thema anbelangt. Also ich bin absolut dafür, dass es grundsätzlich weiterhin gibt, aber es muss einfach, ja, vielschichtiger werden. Oh, ich sehe es gerade. Mehrere Meinungen. Kostenlos testen. Was? Ich bin gerade auf der Seite von ARD Plus. Du kannst dir da im Prinzip Tatort und das Zeug von der ARD angucken und musst dafür nochmal bezahlen. Ja, sage ich ja. Das war das Einzige, was ich auf den Sendern mal geguckt habe. Tatort. Super. Jetzt nehmen die mir das auch noch. Nee, aber wie gesagt, ich bin da absolut bei euch. Also ich sehe das genauso. Es müsste vielschichtiger werden. Es ist einfach zu teuer, wenn man es in Relation setzt. Und ich weiß nur nicht, ob ich, ich bin zwar immer so ein Fan davon, es selber zu entscheiden, also zu sagen, ey, wenn ich Bock drauf habe, abonniere ich es. Weiß ich nicht. Ich finde, es sollte schon noch ein bisschen in staatlicher Hand bleiben, grundsätzlich, aber deutlich, deutlich billiger und deutlich, deutlich weniger Sender. Es reichen ein, zwei Sender und ein Radioprogramm und fertig, wo du überall empfangen kannst. Und gut ist der Mist, weil das sind sowieso teilweise Sachen, die aussterben und das ist einfach meine Meinung. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war eine gute Folge. Sind wir schon wieder bei 35 Minuten angekommen, doch wieder etwas länger, aber gut. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, in YouTube etc. pp, wie ihr Bock habt. Gerne auch ein Like da lassen auf Spotify, Apple und wo auch immer ihr unseren Podcast streamt und dann würde ich sagen, ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Letzte Wort würde ich sagen, hat René heute. Ich habe an der Stelle nicht ganz so viel zu dem Thema auch zu sagen. Ansonsten wie immer, Leute, verbreite ein bisschen Freude im Leben, sein Netz zueinander, Liebe verbreiten. Das fehlt der Gesellschaft aktuell sehr, sehr viel. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Boing, flippen. und aber es ist viel